Mein Name ist Konstantin Weiß und ich bin Geschäftsführer der Firma Terrassennachwahl.de. Wir verbauen Terrassenüberdachungen, Markisen und Sommergärten. Warum bin ich heute hier? Das eine ist natürlich die Ansprechpartner von A&M wirklich persönlich kennenzulernen. Wir haben uns noch gar nicht persönlich kennengelernt, mit den Ansprechpartnern ein bisschen ein kurzes Gespräch zu führen. Meine Erfahrung natürlich auch so ein bisschen zurückgeben, mein Feedback. Aber das andere natürlich auch die Referenten auch mir anzuhören. Einige Inspirationen mit reinzuholen für mein Tagesgeschäft. Was möchte ich auch in meinem Geschäftsleben verändern? Und natürlich auch dann das Netzwerk mit anderen Firmen, die eine ähnliche Ausgangssituation haben. Da nochmal sich auszutauschen, einfach die Erfahrung zu teilen. Die Situation vor der Zusammenarbeit mit A&M war, dass wir eigentlich auf der einen Seite sehr viele Montageteams mit aufgebaut haben. Das heißt, wir haben unsere Prozesse optimiert und haben dann entsprechend mehr Kundenanfragen gebraucht. Das heißt, wir haben eigentlich zu wenige Kundenanfragen gehabt. Und das war eigentlich unsere Herausforderung vor der Zusammenarbeit mit A&M. Unsere Ängste waren natürlich, dass man in diesem ganzen Meer an verschiedenen Anbietern, Dienstleistern, im Bereich Neukundengewinnung, dass man da nicht auf die schwarzen Schafe trifft. Aber man spricht natürlich mit dem einen oder anderen Handwerker und spricht über deren Erfahrungen. Und so ein bisschen, wenn man so vergleichen kann, ist es auf jeden Fall so, dass man mit A&M einen direkten Kontakt hat. Das heißt, wenn Änderungswünsche da sind, dann wird direkt umgesetzt. Das heißt, kurzer, freundlicher, knapper Kontakt. A&M hat eigentlich unser Problem direkt verstanden und hat eine sehr schöne Lösung angeboten. Also wir sind seit kurzem mit A&M, gerade mal seit drei Monaten. Aber wir haben schon gemerkt, dass wir sehr viele qualifizierte Anfragen bekamen. Das heißt, wirklich die Anfragen, die auf uns zukamen, waren schon sehr, sehr gut vorqualifiziert. Das heißt, mit den Kunden konntest du direkt arbeiten. Das heißt, Kunden waren eigentlich wirklich Interessenten und wir haben eine sehr, sehr hohe Umsetzungsquote gehabt. Das heißt, unsere Anzahl der Anfragen hat sich eigentlich verdoppelt. Schlüsselerlebens war, als ich beim Kunden dann vor Ort war, als ich mit dem Kunden gesprochen habe und gesagt habe, okay, wie kommt ihr? Das ist so ein bisschen immer, wo wir die Kunden fragen, okay, wie seid ihr auf uns aufmerksam geworden? Und der Kunde sagte zu mir, die Werbeanzeige, die wir geschaltet haben, die hat natürlich im Meer verschiedene Werbeanzeigen, was er täglich zu erzeigen bekommt, die Werbeanzeige hat ihn wirklich beeindruckt. Und das ist so ein bisschen dieses Schlüsselerlebnis, wo wir gesagt haben, okay, das ist der richtige Partner auf unserer Seite, weil der Kunde bekam irgendwie 50 verschiedene Werbeanzeigen zum gleichen Produkt. Er hat sich aber für unsere entschieden. Also aus eigener Erfahrung würde ich die Zusammenarbeit auf jeden Fall direkt empfehlen. Also macht das und ihr werdet das nicht bereuen. Also für uns hat sich diese Investition auf jeden Fall Faktor 10 rentiert und wir wollen die Zusammenarbeit eigentlich jetzt ausbauen, weil wir gemerkt haben, das ist der richtige Partner an unserer Seite.